hi und herzlich willkommen zurück zu let's play the walking dead so und wir sind direkt unter der schule in ich weiß die stadt gerade nicht schlecht vorüberreitet ich weiß ja nicht direkt da unter ok aber in der nähe auf jeden fall wer ist everybody this should be guards patrolling what you disappointed it's just strange as all i think i see one okay me and kenny will sneak up try to take him out quiet the rest of you wait for our signal then follow us over everybody got it okay kitty let's do this quiet no shooting unless there's no other choice right behind you okay der satz ziemlich echte aus der satz ziemlich aus wie ein normaler mensch der einer sieht aus wie dieser aggressive vater den wir ja zurück gelassen haben weil er ja gebissen wurde beziehungsweise kenny hat ihn ja getötet dann weil er ja kein risiko eingehen wollte was ich übrigens auch gemacht hätte weil es halt schon eine bedrohung für alle also deswegen dieses risiko wäre ich dann auch nicht eingegangen also wie wird ihr eigentlich drauf ist könnt ihr ja mal in die kommentare schreiben äh wie wird ihr denn drauf in bezug auf überleben und nicht überleben würdet ihr bekannte von euch oder freunde von euch überleben lassen wenn sie sich wenn sie gewissen wurden oder würdet ihr sie töten ich bin ganz einfach ich bin ganz ehrlich ich würde alles dafür tun dass ich nicht mich da rein nicht mich verwandeln und wenn einer der freunde so wäre dann müsste ich den halt opfern aber da würde ich halt versuchen stark zu bleiben also hier war schon mal ein kampf und hier drinnen sind zombies das höre ich oder doch da das place definitely has a major damage okay aber wo kriegen wir die kombination her auf wie immer warum sollten wir die darauf machen ich dachte eben gerade schon es werden fremde you guys need any help thanks but i think we're almost in we're taking care of it okay aber irgendwie müssen wir noch daran kommen ist von logan wenn ich das richtig gesehen habe logan ja logan paul okay kombination kombination aber woher denn was wir jetzt ziemlich dumm wenn wir raus gehen also das lassen wir mal lieber aber ansonsten gibt es hier glaube ich auch gar nichts okay was ist hier mit man kann sich ja halt alles angucken ich glaube das ist eine warnung wenn wir hier wirklich uns alles schon angucken können naja mal gucken was ist hier mit ne echt wir brauchen von logan die kombination so was ist hier mit ist es wieder der supreme leader ja ne must be the guy who ran this place looks like he figured himself as some kind of supreme leader okay da ist dasselbe ne ja schade hm okay ah ne da können wir nicht durch geht ja nur noch ein weg und das ist nach oben mal gespannt ob das nicht ein fehler ist die can't reach it it's too high up hm okay das war's dann auch schon wieder in der spaß äh gibt es hier keine kombinationen oder so mal was soll denn dies huh von da rein starren wird es jetzt aber auch nicht besser ne ne ok da hinten haben wir noch ne tür die man ausprobieren könnte oder das war ziemlich dumm glaube ich das ist die der der alleyway wo die auto ist aber woher da ist Molly okay kann anscheinend doch schon das sollte sein das sollte sein das sollte sein das sollte sein das alte schule sollte direkt vor uns okay Leute das ist es erinnert den plan Hä? Das haben wir doch eben schon gespielt. Hä? Das haben wir doch eben schon gespielt. Also kurz bevor ich eingeschaltet habe. Hä? Ich verstehe das jetzt gerade nicht so. Ähm, hallo? Ich setze mal kurz einen Cut. Also eben gerade ist hier eine Cutscene passiert, die eigentlich am Anfang passieren sollte und nicht irgendwie jetzt. Also irgendwie sind die Cutscenes gerade durcheinander gekommen. Vorhin hat sich das Spiel auch aufgehangen, also ganz ganz komisch. Das Ort war supposed to be secure. Weil diese Cutscene kamen gar nicht. Komisch, 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 komisch. Irgendwie hat sich das Spiel vorhin aufgehangen. Kurz. Das hat sich nicht verändert. Jeden Tag Walkers aufgehangen, der Plan verändert. Hast du überhaupt keine Ahnung, wie viele von ihnen da draußen sind? Nein. Willst du einen Haltkampf machen? Oder willst du, was wir brauchen, und rauskriegen? Komm schon. Ich denke, ich weiß, welchen Weg zu gehen. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das hier. Hm. Nicht nur du. Nicht nur du. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das hier. Hm. 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 Ja, wie eiskalt die ist, ne? Hier. Hm. Es ist okay. Alle rein da. Hm. Auf einmal hat man es doch gelöst. Also ganz, ganz... Ganz, ganz komischer Scheiß. Also irgendwie so ganz viele Cutscenes so durcheinander. Und jetzt auf einmal ist alles wieder richtig. Also ganz komisch. Der Moment, wenn das Spiel selbst krank ist. Überhaupt nicht creepy sowas. Es ist so, dass sie diese Räume als irgendein Formatzentrum benutzen. Okay, so jetzt was? Wo müssen wir anfangen? Huh. Hier. Ein Moment, bitte. Wenn sie Medikamente, Medikamente, Omid. Erstmal gucken für Omid. Der Blick. Das ist einfach, nicht wahr? Okay, wenn wir die Bewerbungen finden. Es gibt ein Bewerbungen im Spiel. Wenn sie die Bewerbungen haben, dann wird das wahrscheinlich dort sein. Also, wir brauchen nur eine Batterie. Das Auto Shop. Es ist da vorne. Ja, es heißt Hermanns. Du kannst es nicht verlieren. Okay, ich mache den Weg nach der Verwärmung für die Fühle. Es wird schneller, wenn ich mit dir gehe. Ich kann dich direkt nach vorne. Ich komme auch. Nein, zwei Leute ist genug. Du bleibst hier, sehen, ob du die Geräte benutzt kannst, die wir brachten, um die Tür öffnen. Ich brauche dich nicht zu Hause. Ich gehe für die Medizin. Ich komme mit dir. Ich weiß, was zu nehmen. Okay. Ich glaube, das bleibt mir, um uns eine Batterie zu finden. Ich gehe mit dir. Ich schaue dich. Okay. Wir haben ein Plan. Everyone be careful. Stay close to one another. Wir werden alle hier wiedersehen. Good luck. Good luck. What about me? What can I do? Ich brauche dich hier mit Ben und auf unsere Kommand-Center. Ich lebe dich mit Ben. Ich lebe dich mit dir. 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 Entstanden? Oh, okay. Gebe zurück, bevor du ihn kennst. Oh, die kleine Clementine. Was war das jetzt eben schon wieder? Hat er da auf einmal so eine Kniebeuge hingelegt, weißt du? Also, ganz seltsam So, und jetzt sind wir da, wo wir vorhin waren Guck mal, das Molly Okay, vorhin hat er geredet, als sie hier lang ist So, da Okay So, soweit waren wir schon Soweit waren wir schon Wenn jetzt wieder die Cutscene kommt, ne? Okay, ich dachte Da sind sie dann einfach mit den Cutscene durcheinander gekommen, glaube ich Molly, bist du hier? Oh, Molly Oh, Molly Irgendwer rennt hier rum Ich will mich hier gar nicht umgucken, um ehrlich zu sein, wenn hier jemand so rumstöbert Hm Wir müssen da irgendwie rüberkommen Das ist richtig Okay, aber wie kommen wir da rüber? Hier ist niemand Aber wir kommen da auch nicht lang Komisch Kann man hier nicht aufs Dach klettern oder so? Hier ist aber auch nichts Hm Habe ich hier was übersehen vielleicht? Ach da Oh, oh Ich ahne es Das hält doch nie im Leben Doch, okay 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 Sieht ein bisschen aus wie... wie so eine Gang, die einfach um die Besser sind. Ist okay, Alter. Hä? What the fuck? Ich glaube, sie ist ein bisschen... schlecht zu sprechen auf ihn. Molly! What? Calm the fuck down! What's wrong with you? What's the matter? Never seen someone kill a geek before? Not like that. Da steckt mehr hinter. Okay, die ist ein bisschen angepisst. Hast du uns einen Weg in? Ja, aber die Geräge drückt. Ich kann sie nicht öffnen. Nicht ein Problem. Schau mal, was habe ich gefunden. Oh ja, das funktioniert. Oh shit. Jetzt aber schnell. Wie schön, dass sie da so stehen bleiben und sich das angucken, anstatt irgendwie was zu tun. Oh, Mist. Gott, schnell, 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 schnell. Ähm... Oh fuck. Der sah jetzt nicht mehr so tot aus. Oh shit. Take a look around. I'll make sure no stragglers get under this door. Hm. Okay. Okay. I can't reach it up there. No power. No power. No power. No power. No way. Huh. Kann man da nicht irgendwie raufhüpfen oder so? Geht das nicht? Hä? Hä? Looks like it's the hose for the lift hydraulics. Ja schon, aber der hat ja keinen Strom. Something you need? What was all that about back there? He came at me up on that rooftop. He tried to take a bite out of me. So I took care of business. What? You got a problem with me killing geeks? No. It just seemed like you went to town on him a little more than you needed to. Hey, you never really know when those things are all the way dead. I was just making sure. Look, you wanna get this battery or not? Time's wasting. Das stimmt. Think I can borrow that, uh, hook thing of yours? I don't know. Hilda and I have been through a lot together. Hilda. Hilda. That's what I call her. Don't judge. Please can I borrow Hilda? I'll take good care of her. She won't get a scratch. Not a scratch. I got your promise now. Not a scratch. Uh huh. Not a scratch. So. I can't reach it up there. Ja, natürlich. Wenn's keinen Strom hat, kann man da ... Ha? Das ist nicht so geil! Shit! Na, so right ist es nicht. Ja, dann mach doch ab da! Dann mach! Und nochmal, zack, weg damit! Nimm! Und los! Ja, follow! Ich muss schon laufen. Okay. Ja, das ist der einzige Weg, ne? Ach so. Komm! Und raus! Raus! Na komm! Wehe, die lässt mich zurück. Easy. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht von beiden. Sehr souverän. Jetzt sind wir auf dem Ruf. Hörst du niemals zu klagen? Komm schon! Die mal mit ihrem Haken, ne? Mit ihrer Hilda. Komm schon! Was bist du, du Schick? Ruf! 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 Das wüsste ich auch gerne. Ach ja stimmt. Diese blöde Kombination. Und dir? Ruf! 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 Ich würd schon gerne diese blöde Kombination wissen. Also. Hm. Das würde ich schon gerne wissen. Oh shit. Oh shit. Alter. Oh shit. Habe ich erst zum Schluss gesehen, dass auf dem Brunen da was lag. Sie sind. Dort. Ja, lead to something. Bring du mich auf. Bam. Go, go, go. Und push. Sehr gut. Mhm. Hm. War aber knapp da. Du bist zurück. Ja. Und wir haben auch ziemlich gut gemacht. Great work, Kenny. Was machst du mit dieser Tür? Nicht so gut. Hier. Ich gebe dir eine Hand. Hast du noch die Batterie? Ja. Molly hat sie. Sie sollte bald wieder zurück. Sie wäre besser gewesen. Ah. Kenny ist so langsam angepisst. So. Hier ist aber sonst nichts interessantes. Naja. Ist ja gut. Also irgendwie ist hier nichts so richtig interessantes gerade drinnen. Wo ist denn Clementine? Ich habe vielleicht mit der reden. Da. Du bist okay, Clem? Ja. Diese Strecke ist wie die, die wir in meiner Schule haben. Ich weiß, es ist weirrend, aber ich vermisse es. Es ist in der Schule. Hm. Man vermisst es erst, wenn man es nicht mehr hat. Ich auch. Ich war immer ein Lehrer, weißt du? Ich sag dir was. Wenn wir uns selbst ein sicheres Platz finden, setz ein kleines Klasse. Nur du und ich. Gibt es Arbeit? Keine Arbeit. Oh. Das ist ein gutes Angebot. Das hoffe ich auch. Mal gucken. Ich glaube nicht. Ich denke schon. Weißt du. Ja. Hoffentlich. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Aber sie stirbt. Hm. Hm. Okay. Aber das denke ich nicht ist dieser Code, der uns fehlt. Das denke ich mal nicht. So. Ich warte eigentlich nur noch auf Molly. Aber wenn die jetzt nicht kommt. Hey, Lee. Danke für all deine Hilfe da hinten. Ich glaube nicht, dass wir es ohne dich getan haben. Ich glaube nicht, dass wir es ohne dich haben. Keine Probleme. Wir sind alle auf der gleichen Team. Oh. Ja, das wissen wir ja jetzt schon. Aber... Ich bin alle auf der anderen Seite. Ich glaube nicht. Das ist ein langes Leben. Danke, Frau. Das ist cool. Das ist so, ich fühle mich. Wenn du gesehen hast, was ich gesehen habe, dann fühlst du das gleiche. Hm. I'll be back Alles klar Den Rest Sehen wir in der nächsten Folge Ciao